So, heute der letzte Tag im Winterpark. Da steht ein Slalom am Programm. Wie man sieht, da oben schon die Slalomtore. Ja, es ist ein recht langer Slalom und das Gelände hängt ein bisschen. Bis jetzt war meine Ausbeute zufriedenstellend mit zwei vierten Plätzen, was leider schade war, die 800s laufen dritten. Und gestern eben der vierte Platz im Riesentorlauf, der war okay. Ich habe gekämpft, das ist nicht mehr gegangen. Und ja, was ein bisschen schmerzt, ist halt der siebte Platz im Riesentorlauf. Aber gut, das ist halt das Skifahren, das ist der Sport. Für den heutigen Slalom habe ich mir eigentlich wenig vorgenommen. Ja, schauen wir mal. Hopp oder Drop würde ich mal sagen. Also dann, ihr werdet wahrscheinlich von mir wieder Videos Kälberi sehen. Bleibt dran!